Mein Problem ist nicht HIV, sondern Präfonstress. Mein Problem sind verspätete Züge, nicht HIV. Mein Problem sind graue Haare, nicht HIV. Mein Problem ist der Transport meiner Leinwände, nicht HIV. Das Problem in meiner Beziehung ist die Hausarbeit, nicht HIV. Leben mit HIV. Leben mit HIV. Leben mit HIV. Anders, als du denkst. Anders, als du denkst.